NDR KULTUR MORGENANDACHT Bei diesen Worten merkte ich, wie sich ein unsichtbarer Mantel über uns legte. Sanft, aber deutlich spürbar, hüllte er uns ein. Ich fühlte mich geborgen. Zusammen mit meiner Familie war ich ganz umgeben von, ja von was? Vom Segen Gottes. Das war es wohl. Also von Gottes Gegenwart, von seinem Schutz. Dieses Erlebnis hat mich völlig überrascht. Hier habe ich erlebt, was Segen ist. In der Bibel gibt es dafür einen bildhaften Ausdruck. Den Priestern wird von Gott gesagt, wie sie die Frauen, Männer und Kinder segnen sollen. Sie sollen Gottes Namen auf die Israeliten legen. Diese Anweisung gibt Gott seinen Knecht Mose. Mose versteht, was es damit auf sich hat. Gottes Name lautet Yahweh. Yahweh heißt, ich bin für euch da. Sein Name ist Zuspruch und Versprechen. Lege meinen Namen auf sie. Das bedeutet, ich bin bei euch. Ich gehe mit euch. Ich werde in eurem Leben Gutes wirken. Mit dem Segen legt Gott seinen Namen auf uns. Das hat auch etwas mit Zugehörigkeit zu tun. Ich stelle mir das so vor. Wenn ich mit dem Flugzeug irgendwo hinfliege, dann muss ich mein Gepäck im Flughafen am Check-In-Schalter aufgeben. Dort wird an meinem Koffer eine Banderole befestigt. Darauf steht neben dem Flugziel vor allen Dingen mein Name. Für alle ist klar, der Koffer gehört zu mir. Wie gut. Denn ohne diese Banderole wäre er in der Gepäcksortieranlage des Flughafens nicht mehr zu identifizieren. Er hätte keine Identität mehr. Er würde sofort verloren gehen und könnte sein Ziel nicht erreichen. Gott möchte, dass sein Name auf uns gelegt wird. Dadurch sagt er dem oder der Gesegneten, du gehörst zu mir. Auf deiner Lebensreise sollst du nicht verloren gehen, denn du bist gesegnet. Ich halte Ausschau nach dir. Ich erkenne dich wieder. Ich nehme dich bei der Hand und trage dich. Segen fühlt sich gut an. So gut wie ein bergender Mantel. Die Morgenandacht sprach Pastor Klaus Bergmann von der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bad Schwartau. Den Text können Sie nachlesen unter www.radiokirche.de Die Morgenandacht hören Sie werktags um 5.55 Uhr auf NDR Info und um 7.50 Uhr auf NDR Kultur. Untertitelung im Auftragmamuf Vielen Dank.